moin moin liebe freunde willkommen zurück auf meinem youtube kanal mit einem jetzt neuen ansagen video des mvv und zwar geht es um die s-bahn münchen der linie 3 mammendorf holzkirchen wenn es euch gefallen hat lasst mir ein like da also einen daumen hoch und würde mich auch freuen wenn ihr ein abo da lasst und einen kommentar was ich besser machen könnte was ich verändern sollte oder was ich besonders gut gefallen hat und dann geht es jetzt los nächster halt malching bitte links aussteigen nächster halt maisach bitte links aussteigen nächster halt gern linden bitte links aussteigen nächster halt esting bitte links aussteigen nächster halt krümzell bitte links aussteigen nächster halt lochhausen bitte links aussteigen nächster halt langwied bitte links aussteigen nächster halt parsing umstieg zum regional und fernverkehr bitte links aussteigen next stop parsing please change here for the regional long distance services please exit the train on the left please exit the train on the left next halt laim umstieg zur s2 richtung petershausen alte münster und zur s1 richtung freising und flughafen next stop laim please change here for the s1 to freising munich airport and the s2 to petershausen alte münster please exit the train on the left bitte links aussteigen nächster halt hirschgarten bitte links aussteigen nächster halt bonnersberger brücke umstieg richtung bayerische zell den gris und tegernsee und zur s7 richtung wolfratshausen bitte links aussteigen nächster halt hackerbrücke ausstieg zum zentralen omnibus bahnhof bitte links aussteigen next stop hackerbrücke a light here for the central bus station please exit the train on the left please exit the train on the left next halt hauptbahnhof umstieg zum regional und fernverkehr sowie zur u1 u2 u4 u5 lift in fahrtrichtung links bitte rechts aussteigen next stop munich central station change here for the regional long distance services and u1 u2 u4 u5 berühreavi desviertzeis st jakimst diese u4 u4 u5 Emmanuel renneseron in fet ×burgh hogsplanue murals cold land umstieg mit 1 u3 u5 u5 u4 u5 u5 u3 u5 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 u4 u5 u7 u5 u5 u6 u5 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 u6 fa Bitte rechts aussteigen. Next stop, Marienplatz. Change view for you three and you six. Please exit the train on the right. Nächster Halt, Isator. Ausstieg zum Deutschen Museum. Bitte links aussteigen. Next stop, Isator. A light here for the Deutsches Museum. Please exit the train on the left. Nächster Halt, Rosenheimer Platz. Ausstieg zum Gasteig. Bitte links aussteigen. Next stop, Rosenheimer Platz. A light here for the Gasteig. Please exit the train on the left. Nächster Halt, München Ostbahnhof. Umstieg zum Regional- und Fernverkehr sowie zur Nachtzunglinien Richtung Salzburg und Rosenheim. Bitte links aussteigen. Next stop, Munich East. Change view for the regional long-distance services and U1, U2, äh, and it is in the nightlines to Salzburg und Rosenheim. Please exit the train on the left. Nächster Halt, St. Martinstraße. Bitte links aussteigen. Nächster Halt, Giesingen. Umstieg zum U7 Richtung Neuperlach-Zentrum und zum U2 Richtung Messe. Sowie zur S7 Richtung Kreuzstraße. Nächster Station, äh, next stop, Giesingen. Please change view for the U7 to Neuperlach-Zentrum, the U2 to the Trade-Far and the S7 to Kreuzstraße. Bitte links aussteigen. Please exit the train on the left. Nächster Halt, Fasangarten. Bitte rechts aussteigen. Nächster Halt, Fasanenpark. Bitte links aussteigen. Nächster Halt, Unterhaching. Bitte rechts aussteigen. Nächster Halt, Taufkirchen. Bitte rechts aussteigen. Nächster Halt, Furt. Bitte links aussteigen. Nächster Halt, Deißenhofen. Umstieg zur S20 und zur S27. Bitte links aussteigen. Nächster Halt, Sauerlach. Bitte rechts aussteigen. Nächster Halt, Otterfing. Bitte links aussteigen. Nächster Halt, Holzkirchen. Sehr geehrte Fahrgäste, diese S-Bahn endet dort. Bitte alle aussteigen. Wir bedanken uns für die Fahrt mit der S-Bahn München. Auf Wiedersehen. Bitte links aussteigen. Das war die S3 Richtung Holzkirchen von Mammendorf gehend. Ihr müsst beachten, ich kann die Umsträge nicht perfekt sprechen. Ich spreche diese Linie zum ersten Mal tatsächlich. Ich bin auch noch nie da gefahren. Seid mir nicht böse, aber macht das, was ich am Anfang gesagt habe. Lasst mir ruhig eure Kritik da. Fände ich super. Und ja. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Okay. Wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bye, bye. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020